Hallo, das ist Bertha. Bertha ist zwei Jahre alt, also 2022 geboren und sie stammt von einem schwer Drogenabhängigen, der die Mutterhündin samt Welpen, die hatte acht Welpen, einfach im Stich gelassen hat. Und jetzt lebt sie mit ihren Welpen zusammen in einem privaten Tierheim. Bertha ist eine sehr angenehme, sehr ruhige, liebe, ausgeglichene Hündin, ein toller Familienhund, wirklich auch für Anfänger geeignet, ein ganz, ganz liebes Mädchen. Also sie ist eine echt tolle, entspannte Hündin, freundlich zu jedem, sehr gut verträglich mit ihren Artgenossen, mit Katzen, alles kein Problem. Sie ist wirklich ein toller Hund, geht gerne spazieren, ist auch durchaus aktiv, verspielt, aber wirklich ruhig und ausgeglichen. Also macht keinen Ärger, wirklich eine tolle Hündin, die auch sehr leicht zu erziehen ist und wirklich sehr, sehr angenehm im Umgang ist. Wir kennen uns jetzt gerade mal fünf Minuten. Sie hat keine Berührungsängste. Ganz lieber Hund. So, bitte ran ans Telefon und für diesen tollen Hund anrufen. Sie ist wirklich ein Goldstück. Man kann mit dem Hund absolut nichts falsch machen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.